Christa Schepardöns ist eine deutsche Fußballspielerin. Die Karriere der Stürmerin begann beim FSV Kapellen. 1991 folgte der Wechsel zum FC Rumeln-Kaldenhausen. Nach ihrer Jugendzeit schaffte sie 1997 den Sprung in die Bundesliga-Mannschaft. 1998 gewann sie mit Duisburg den DFB-Pokal, zwei Jahre später die Meisterschaft und den Hallen-Pokal. Zur Saison 2001-02 wechselte sie zum FFC Brauweiler-Pulheim 2000. Am 25. Januar 2002 absolvierte sie gegen die USA ihr einziges Länderspiel. Nach drei Jahren in Brauweiler kehrte sie nach Duisburg zurück, wo sie ein weiteres Jahr das Trikot der Löwinnen trug. 2005 schloss sie sich dem Regionalliga-Aufsteiger-Ratinger SPVGG an. Während der Saison 2006-07 wurde die Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. Erfolge Deutsche Meisterin 2000 DFB-Pokalsiegerin 1998 DFB-Hallen-Pokalsiegerin 2000 Höhe 1,000 USUS NGOs ISG 1,000 M간